Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es ein weiteres Video in der Reihe Unser Perfekt der Kopfbau und heute dreht sich das Ganze um den Solaris. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Kopfbau. So, dann kommen wir zum eigentlichen Kopfbau. Wir nehmen uns hier den Pier von SOMO. Da drehen wir jetzt nämlich gleich noch das Review zu. Wie immer, wenn es eine Dose Tabak gibt, erstmal schön umrühren, damit ihr die Molasse auch schön hier verteilt. Bei SOMO ist das zum Glück meistens kein Problem. Da habt ihr relativ wenig überschüssige Molasse. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Tabak in die Smokebox katapultiert, aber das ist kein Problem. Das machen wir später einfach noch raus. So, der Solaris, am besten hier mit so einem Einlegsieb geraucht, damit ihr die Löcher nicht verstopfen. Davon habt ihr nämlich hier unten drin einige. Ich zeige euch das nochmal. Ja, also ihr seht, da habt ihr eben, ich glaube es sind sieben von diesen großen Löchern. Da könnte halt relativ easy Tabak reinrutschen. Deswegen legen wir da noch so ein Sieb rein. Dann habt ihr da auf jeden Fall absolut keine Probleme und könnt einfach gar nicht die Löcher verstopfen mit eurem Tabak. Ich mache das dann so, dass ich mir den Tabak hier vorne so an die Kante von der Dose schiebe und dann einfach locker reinfallen lasse. Der Solaris ist ja, wie man weiß, extra für die Smokebox gemacht, beziehungsweise passt einfach perfekt mit der Smokebox. Ihr wollt aber im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Köpfen beim Solaris eigentlich nicht, dass der Tabak Kontakt zur Smokebox hat. Ja, also auch nicht die Noppen haben in meinem perfekten Kopfbord zum Solaris Kontakt zu der Smokebox. Das könnte jetzt fast schon ein Ticken zu viel gewesen sein hier an Tabak. Ihr seht, so hätte der auf jeden Fall Kontakt zur Smokebox. Aber wir verteilen das Ganze erst noch ein bisschen und komprimieren das so ein kleines bisschen. Ich drücke jetzt kaum an, also ich drücke eher zurecht als runter. Versuche einfach alle Hohlräume, die hier irgendwo sind, so ein bisschen voll zu machen, sodass überall schön gleichmäßig der Tabak liegt. Wie zum Beispiel hier am Rand, versuche ich dann so ein bisschen das hinzubringen. Hier auch dasselbe Spiel. Überall ein kleines bisschen runterdrücken und die komischen Stellen, die hier offen sind, wie zum Beispiel hier noch, einfach zuzumachen mit dem Tabak, der da drin liegt. Und es könnte sogar doch relativ gut hinkommen mit der Tabakmenge. War glaube ich doch relativ passend. So, ihr guckt auch, dass am Rand hier so Sachen nicht mehr sind. Also wenn jetzt hier sowas wie hier oben liegen würde, da liegt ja dann die Smokebox drauf. Deswegen wollt ihr auf jeden Fall nicht, dass da oben Flocken drauf liegen. Wenn ihr dann die Smokebox da drauf packt, verbrennt die natürlich sofort. So, ja, ihr achtet einfach drauf, dass nichts absteht. Manchmal gehe ich auch nochmal mit dem Daumen rum und drücke so ganz leicht diese kleinen Fetzen an, die oben sind. Hier würde ich das zum Beispiel noch ein kleines bisschen runterdrücken. Und so sollte das Ganze passen. Ihr seht, es ist ungefähr bis hier so geht der Tabak. So viel lasst ihr dann frei. Ja, und wenn man jetzt eben die Smokebox draufsetzen würde, sollte nichts an den Noppen hängen, nachdem ich ihn wieder abnehme. Und da ist auch nichts dran, ja. Also so macht ihr dann das Ganze. Packt dann noch die Smokebox oben drauf. Zwei Kohlensäge, kohlen rein. Und dann sollte das Ganze wunderbar laufen. Ich würde sagen, wir testen das jetzt nochmal beim Rauchen. Und dann schauen wir uns das nochmal an. So, den Kopfbau habt ihr gesehen. Der Kopf ist auch mittlerweile an. Wir hatten erst am Anfang zwei Kohlen in der Smokebox und eine oben noch mit Kantenbasis oben drauf, bis der Kopf ordentlich heiß war. Dann haben wir die dritte Kohle runtergenommen und jetzt läuft der mit zwei Kohlen. Der Durchzug ist ziemlich geil. Klar, wenn ihr so fluffig baut, wie ihr das eben im Kopfbau gesehen habt und ein Sieb benutzt, dann kann da auf jeden Fall nichts passieren. Dann läuft das wunderbar. Es schmeckt auf jeden Fall nicht angebrannt. Es schmeckt sehr, sehr angenehm nach dem Tabak. Es ist ja auch kein Overpack, kein Kontakt von der Smokebox zum Tabak ist da. Deswegen läuft das wirklich wunderbar. Also Durchzug gut, Rauchentwicklung, die seht ihr ja schon nebenbei. Ich finde, da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Für ein Nicht-Overpack oder Vollkontakt-Setup finde ich die Rauchentwicklung auf jeden Fall ziemlich gut. Und ich rauche den Kopf wirklich sehr gerne. Er ist easy zu bauen. Es geht fast jeder Tabak gut da drinnen. Ihr könnt sogar teilweise Darkblend da drinnen rauchen. Besser als in anderen Meerlochköpfen finde ich. Und ja, ich mag den Kopf einfach sehr, sehr gerne. Easy zu bauen, easy zu rauchen. Viel mehr gibt es da von meiner Seite aus schon gar nichts zu sagen. Ja, was hast du zu dem Kopf? Ja, es ist auf jeden Fall ein wunderschöner Kopf. Man muss auch sagen, der Kopf kostet nur 15 Euro. Das ist auf jeden Fall ein krasses Angebot. Also die meisten Köpfe, die jetzt schon so in die hochwertige Phase gehen, die sagen, da sagt man so, ja gut, 20, 25, vielleicht sogar 30 Euro für den Kopf. Und bei 15 Euro für so einen guten Kopf ist es auf jeden Fall, ja, eine Kaufempfehlung wert. Also wer ihn noch nicht zu Hause hat, kann ihn dann auf jeden Fall mal gerne zu Hause probieren, beziehungsweise sich einen kaufen und dann probieren. Und ja, er läuft eigentlich perfekt, gerade mit einer Smokebox. Man hat nicht diesen Stress, dass man irgendwie versucht, irgendwie die ganze Zeit am Hitzemanagement rumzuwerkeln, sondern man packt einfach zwei Kohlen rein, dann läuft der eigentlich auch solide. Wenn dann irgendwann der Rauch weniger wird, kann man noch die dritte Kohle reinpacken. Und ja, mehr muss man eigentlich beim Hitzemanagement gar nicht machen. Das Einzige, was ihr halt sowieso bei Smokeboxen habt, ist eventuell mal die Kohle zu drehen, weil eventuell vielleicht geht sie mal aus oder sowas. Haben wir aber bei unserer Smokebox gar nicht. Ja. Von daher, ja, kurz noch was zu der Smokebox selber. Es ist definitiv nicht irgendeine Special-Version von einem Smokebox-Aufsatz. Es ist einfach irgendeine No-Name-Smokebox, die jetzt keinen besonderen Namen hat. Ja, es ist halt ganz normaler Lutus-1-Fake mit ein paar Noppen unten drin. Ich sag's einfach extra dazu, weil ich genau weiß, dass einige Leute jetzt in den Kommentaren schreiben würden, ja, was für eine Smokebox nutzt ihr? Es ist einfach irgendeine. Es braucht keine bestimmte. Ihr guckt einfach, dass die Smokebox wirklich drauf passt, dass sie nicht irgendwie rumrutscht oder ähnliches. Und dann läuft es eigentlich auch ziemlich solide. Von daher, durchsicht technisch auf jeden Fall perfekt. Ihr habt kein verbrannten, drückendes Rauchgefühl. Ja, der Kopf ist eigentlich perfekt, läuft solide und ist ziemlich einfach zu bauen. Genau. Also wenn ihr Bock habt auf den Mehrlochkopf, den ihr mit einer Smokebox rauchen könnt, dann läuft das wirklich wunderbar. Vielleicht noch ein Wort wegen den Smokeboxen. Wie gesagt, wir benutzen hier so No-Name-Cullout-1-Fake. Es passt aber auch der 1 Plus drauf und es passt auch der 2er drauf, wobei man im 2er ein bisschen aufpassen muss. Denn es kann sein, wenn die Hitze sich das Metall so ein bisschen ausdehnen lässt, dass er dann ein bisschen fest drauf sitzt. Deswegen, da wäre ich eher vorsichtig. Ich würde ihn eher mit einem Lotus 1 oder einem 1 Plus rauchen. Dann funktioniert das Ganze aber wunderbar. Ihr seht die Ergebnisse. Ich denke, die sprechen für sich. Wir sind auf jeden Fall zufrieden mit dem Kopf. Vor allem 15 Euro mit Prime-Versand über Amazon bestellt. Richtig easy. Schnell da, schnell zu bauen, easy zu rauchen. Von daher auf jeden Fall. Sehr, sehr guter Kopf. Ich hoffe, der perfekte Kopfbau von uns gefällt auch euch. Wie wir schon immer sagen, es ist unser perfekter Kopfbau. So rauchen wir den gerne. Wenn ihr den gerne anders raucht, ist das vollkommen okay. Schreibt uns gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare, was ihr von dem Solaris haltet. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video von der Shisha-WG wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Shisha-WG. Ciao.